Hallo und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Ja, der eine oder andere kennt das vielleicht schon, wir spielen Anturnt. Ja, genau, gemeinsam zocken mit dem Kumpel, gemeinsam werden wir verrecken, sterben, überleben mit dem Kumpel. Ähm, ja, keine Ahnung, willst du irgendwas sagen? Ja, hallo erstmal. Okay, genau, wir haben schon ein bisschen vorgearbeitet, wir haben uns schon gesucht, damit es nicht zu langweilig wird. Okay, wir können gerade mal weiterfahren. Ähm, okay, ja, ich weiß ja nicht, was würdest du machen, wo wir das so hinwollen. Ich meine, da hinten ist noch die eine Stadt, wo ich war. Da habe ich auch das Auto gefunden. Ähm, da ist halt noch dieser rote Van, ne? Ja. Da können wir gerne mal hinfahren. So, das ist aber die andere Frage, wo bin ich hergekommen? Ich glaube, ich bin hierher gekommen, ja, ne? Ich weiß es gar nicht. Das ist scheiße, wenn ich mich jetzt verfalle. Scheiße. Und da ist schon passiert. Hier war ich nicht. Hö! Alle bin ich erschrocken. Hä? Meine Fass, so. Bist du verseucht? Ich bin verseucht, ja, ne? Was meinst du mit verseucht? Radioaktiv? Verstrahlt? Ja, ja, unten dieses grüne, ist das, unten dieses grüne Ding, ja. So. Wie viel hast du denn? 32. Da, die Stadt unten links, die ist es. Ah, okay. Da findest du immer Autos, die nicht beschädigt sind. Maximal zwei. Okay. Die können wir auch echt viel blindern, also die Stadt ist echt top. Oh, sie sagen. Hier ist natürlich, habe ich doch vor 10 Minuten erst aufgeräumt. Also hier steht der rote Van. Das ist pink. Hier steht der pinke Van. Ähm, genau, ist hier sonst auch irgendwas, ne, ich fahr gerade mal kurz einmal außen rum, damit wir, was passiert hier, passiert jetzt gar nichts, okay, hier können wir das Auto auftanken. Okay. Steig mal auf. Hier ist irgendwo wieder ein Zombie, da. Na, da krabbelt einer. Ja, helfen wir mal. Hier ist noch ein Jerrycan. Kannst... Nee, ich kann den nicht mehr mitnehmen, der hat irgendwas getroppt. Bandage. Bandagen. Gascan. Also ich würde gerade mal einfach mal kurz vorschlagen, dass wir das Auto auffüllen. So, sie ist er voll. Ich weiß nicht, fahren wir mit zwei Autos, jeder mit seinem, oder fahren wir zusammen in einem? Hm, nee, lass uns zusammenfangen. Okay, mal gucken, 100% okay. Macht dann den Lieberliebe nochmal voll. Ich hab beide voll. Okay, ich hab noch ne Pistel, ne Taschenlampe, Swift Magazine, Swift Magazine, das werde ich wahrscheinlich gar nicht brauchen. Oder ne, na. Ja, gut, können wir das hier trocken, dann können wir hier das hier mitnehmen. 4, ähm, okay, das ist voll. Kann ich das vielleicht nehmen? Oder verwenden? Ich weiß gar nicht. Mal gucken. So, okay, was können wir sonst doch hier mitnehmen? Sonst können wir hier gar nichts mehr machen. Also hier hat's halt, wie gesagt, nur relativ viel Essen. Oh, ich... Ja. Ich esse gerade mal. 4. Ja, also ich werde mich jetzt hier vollhauen, so lange wir hier die Möglichkeit noch haben. Weiß dann müssen wir nicht immer da unten, da unten, da unten, irgendwas, nee, okay. Weil, sonst müssen wir in jeder Stadt halten und da dann voll verdammt. Hm. Wo ist denn hier Essen? Oder wo gibt's Essen? Hier in diesen Regen, hier in diesen Schränken. Überall hier ist alles voll mit Essen. So, das glaube ich, das nun. Wo ist das nun? So. Das ist aber voll scheiße, wenn du nur hast du wenig mitnehmen kannst. So, hier unten, was ist da unten? Ach. Ah, alle Schaufel, okay, die will ich nicht. Da ist nochmal ein Magazin. Ja, das hab ich eben wieder gedroppt, das passt da nicht rein. Okay. So, was gibt's hier sonst noch? Und hier ist halt der rote Van, was ist hier? Hier ist Zeitung, mit der können wir nix anfangen. Was ist hier? Hier ist Bandage. Ah, ich hab Antibiotika. Okay, wenn du eine Bandage nimmst, das gibt dir nur 20% Leben wieder. Super, echt total super. So, huch. Ah, Antibiotika geben dir auch 20%. Richtig so, okay. Das hab ich wieder von 30%. Da hinten erläuft, ach, das bist du okay, Alter. Ich dachte gerade. Nein, hier ist eine Feuerwehr-Axt. Ich war schon gesehen. Jetzt auch noch mal ein bisschen was. Purple Glow Stick. Wegschmeißen. Ich würde dann einfach vorschlagen, dass wir dann vielleicht... Shells, ich hab Schottkanschelt. Ey, hier ist eine Pistole. Ja, hier ist dies leer. Ich war schon benutzt. So, vier. So, okay, trinkt brauche ich eigentlich nicht, aber gut. Hier ist so eine Axt. Hier ist noch was zu essen. Das noch ein Blue Glow Stick. Wir werden hier langsam verseucht, merke ich gerade. Ne, ich hab grad mal Prozent. Oh, Disco, alter. Was ist das denn jetzt? Ich, warte. Okay, ich hab jetzt gerade eine Hose angezogen. Hier ist... Ne, ich will da gar nicht runterspringen. Ich... So. Und das Haus hier ist auch leer. Was ist das? Ne, das, das, das sind die Shells. Die brauche ich nicht. Die brauchen wir nicht. Aber ich weiß nicht, brauchst du Shells? Ne, ich hab' einen AK. Okay, da liegen Leuchtinger. Da hinten, ich werde da tatsächlich gerne nochmal nach hinten hin. Na, nur, was denn das? Oh, ich bin ein Generator. Wofür was? Guck mal damit was. Also hier ist ein Ding, ein Hut. Also hier ist ein Hut, auch falls du einen Hut willst, ne? Hier ist ein Hut. Kannst du anziehen? Ähm, was kann man mit dem Generator machen? Mit einem Generator? Ja. Keine Ahnung. Wie, Generator? Ja, der hat erstmal so einen Bereich markiert. Jetzt hab ich ihn angemacht und ich glaub, der macht irgendwie Elektronik an oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, okay, ich guck mal gerade hier. Ob hier irgendwie was ist. Also hier hat es schon mal... Huch. Nein. So, das ziehen wir ihm hier an. Die Hose ziehen wir ihm auch an, damit er nicht mal nackig rumrennt. Was ist das? Hier ist eine Säge. Hey, hier ist ein Polizeihut für dich. Ich hab schon an, ich hab schon an. Okay. Hier sind es Bord, also ein Brett mit dem können wir nix machen. Was das? Da war' ich auch noch mal gelb. Nein, was nicht? Okay. Da hätte ich nicht glaub, da ist was von der Bundeswehr, von der Army. Nee, das ist Stroh. Okay, hier ist ein Hammer. Also hier in der Nähe ist eine Soldatenbase und mit... Kuche. Wo bist du gerade? Etwas... Glück... Das, das ist ja gleich. qué Thank you. Du hast Back in der Nähe??